Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts. Nach, ja, längerer Zeit nochmal. Hat ja jetzt ein bisschen gedauert, hatten ja viele andere Spiele dazwischen. Aber jetzt sind wir endlich wieder zurück. Ich hoffe, ich habe es nicht verlernt in der Zeit. Einen schönen guten Abend Vampirella. Ich hatte letztens, hatte ich es halbwegs irgendwie zumindest raus. Ich war zwar ziemlich blind, habe ziemlich viel übersehen, aber mit dem Kämpfen hat halbwegs geklappt. Ich bin mal gespannt, ob wir das noch hinbekommen. Wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich wird das wieder ein bisschen was dauern. Guten Abend. Okay, natürlich kein neues Spiel. Ganz am Anfang sind wir dann auch nicht mehr. Es hat doch gespeichert, oder nicht? Du fragst, wo wir aufgehört haben. Wir haben hier im Dschungel aufgehört. Nachdem der Typ ein bisschen durchgedreht ist und die ganzen Äffchen schießen wollte. Warum machst du Böb-Böb-Böb? Guten Abend. Hallo, lässt du mich mal bitte raus? Oh, Zahn. Okay. Ah, stimmt. Wir hatten jetzt böse Äffchen. Herzlose Äffchen. Herzlose Äffchen ist im Weg. Wo will der denn hin? Hallo? Wo ist er? Ist der noch da? Der ist noch da. Dachte ich mir doch. Komm mal her. Kleine Angsthase. Die Musik ist so verdammt laut. So, ich hole mal das Mikro ein bisschen mehr heran. Ich habe das Gefühl, bei Kleine Angst ist es eines der wenigen Spiele, wo ich mich echt anstrengen muss, dass man mich überhaupt hört. Okay. Was war doch mal die Aufgabe? Was ist das denn? Das haben wir schon gemacht. Das können nicht falsch sein. Hier gibt es Gegenteil. Oh. Na komm. Das hat ja viel gebracht. Oh, da habe ich viel. Alle hüpfen nur wild durch die Gegend. Das ist auch gut. Ah, guck mal. Irgendwas passiert doch hier. Uh. Haben wir dich gerade gerettet? Ja. Nicht schlecht. Übrigens, ähm... Ich weiß ja nicht, wer überhaupt unter das Streamfenster runterguckt. Da sollte ein kleines, äh... Kleines Chatpad sein. Ein kleines Haustier. Äh, es sieht noch ein bisschen hässlich aus. Da müssen wir noch ein bisschen großziehen. Das ist doch nicht so, wie es sein soll. Ähm. Oh, das war's Camp wieder. Na? Ich weiß selber noch nicht genau, wie es funktioniert. Man kann es auf jeden Fall lieb haben. Und ihm Herzchen geben. Das mag es auf jeden Fall. Und wenn es keine Aufmerksamkeit kriegt, dann stirbt es. Das wäre natürlich ganz tragisch. Hallo? Was seid ihr denn? Ah, okay. Das muss ich echt suchen. Aber natürlich. Hä? Unglaublich effektiv. Ich gehe einfach weiter. Ich glaube, es hat jetzt gerade keinen Sinn. Komisch, wie ist da? Lieber die Äffchen hier. Ach, Quatsch. So viel Leben habe ich schon verloren. Okay. Ach, ja, stimmt. Wir mussten, mussten wir nicht die Affen befreien. Ich glaube schon. Ich glaube, sowas hatten wir. Ich glaube, wir haben wieder viel zu viel Volumen in den Haaren für das Headset. Ah, ich glaube, wir haben wieder viel zu viel. Dann muss ich auch noch kein Problem haben. Ach, wir haben noch kein Problem mit mir. Wir haben noch kein Problem. Ich glaube, ich würde das machen. Ich glaube, es ist hier. Oh, das war ein wenig. Aber einfach nicht. Ich glaube, das war ein wenig. Sag mal, hier ist überhaupt nix. Okay, dann nicht. Dann soll es nicht sein. Muss ich über die Lianen drüber, ja? Wahrscheinlich. Ich meine, diesmal weiß ich sogar, wo ich lang muss. Oh, nein. Hallo? Bleib mal stehen. Danke. Ah ja, stimmt. Ich wollte mich doch schon fragen, warum wir Donnerlich dabei haben. Ich glaube, ich weiß es wieder. Warum bist du denn pink? Oh mein Gott, du bist so schnell. Was ist mit dir los? Das ist mal ranfallen. Das ist ja komisch, also. Was ist so einer? Aber er ist pink. Okay. Rast du halt komplett aus Tartar. Ich weiß zwar nicht, was du für Problemchen hast, aber... Dein Temperament. Könnte eins davon sein. Na, ah, nicht. Hallo? Vielleicht noch ein paar mehr. Vielleicht noch ein paar mehr Probleme. Als ich dachte. Ich habe Donald eiskalt zurückgelassen. Da sagst du was. Ah, McDonalds. Oh, Tartar, der wird hoch. Schön. Da schluckst du wohl. Tartar, das ist sein Tisch. Der Typ ist jetzt händlich wütend. Ich weiß nicht, ob ich Donald wiederholen soll. Ich weiß nicht, ob ich Donald verdient hätte. Weißt du? Weil irgendwie glaube ich, dass Sora und er sich insgeheim mögen. Aber der war schon arschig. Ein bisschen. Ich weiß es nicht. Vielleicht holen wir ihn später auch mal dazu. Das kann sehr gut sein. Ich weiß nicht mehr genau, ob es der Weg war. Wir versuchen es einfach. Na komm schon. Sora! Springverdammt und ist die Liane gleich weg. Das ist auch durch die Gewege. Ne, ich glaube darüber, ne? Hier. Genau, und jetzt kommt das, wo ich die dumme Kletterpflanze noch nicht gesehen habe. Ach, schau mal, ach so. Oder auch nicht. Oder wir fahren einfach komplett runter. Auch gut. Schön. Mhm. Ist auf jeden Fall sehr spaßig da oben rumzuklettern. Ja. Ja. Den ganzen Weg noch mal. Ihr zwei könntet auch mal helfen. Weißt du, du sagst, ich kann da auch nichts machen und trotzdem hüpfe. Hallo? Das ist ja nicht so lustig auf Parkour, hm? Da. Okay. Diesmal besser nicht runterfallen. Ach, warum gehe ich euch die ganze Zeit hier rüber? Ich glaube, das war ja hier lang. So. Ha! Ha! Oh, da war sie. Genau. Die habe ich letztes Mal komischerweise nicht gesehen. Oh, hier sind welche. Hey, ihr seid auf Streit aus. Feuer! Tatsan, das ist... Draufgeber. Oh. Können wir wenigstens Danke sagen, Effin. Da sind die nicht gerettet. Na? Zumindest, was muss der drin sein? So, jetzt lass mich mal gucken. Wo war das? Ich bin ja immer noch bei dem Bildspiel manchmal überfragt. Wo konnte ich den... Weil ich habe doch gerade den Defense Up oder sowas bekommen. Wo kann ich das vergeben? Oh. 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 Konnten wir das überhaupt vergeben? Ich meine, ja. Lass mich kurz suchen. Irgendwann hat er. Wird auch ich mich vertan. Okay. Kann auch sein, dass ich mich vertan habe. Man konnte diese Defense Up nicht vergeben und sie sind automatisch. Ich weiß nur, dass die Sets sind... Oh, du hast aber was nicht vergeben. Geh mal da und da gucken. Ich glaube, ich sollte es Donald sogar letztes Mal geben. Verständlicherweise. Kann auch sein, dass ich mich vertue gerade. Ah ja, das ist ein Baumhaus. Wenn hier der Böse wichtig ist, ja. Ich hoffe, er ist hier. Ich weiß nicht, warum ich hätte gerade Lust auf den Bosskampf. Ich würde wahrscheinlich schrecklich enden, aber irgendwie... Oh nein! Das sind kleine Agro-Effi. Gut, dass wir so viel sehen. Au! Ja, wirklich viel hat sie nicht gesagt, ne? Die sind flott. Die sind ziemlich flott mit dem Schlag. Die können das auch mit dem sein, ja, nicht? Tatsan, was ist das dann her? Ich glaube, es ist irgendwie komplizierter mit Spielern. Ich bin doch wieder Donald, nächstes Mal. Au! Hier, für mich selber! Ach, der Koopi, der schafft das schon. Wie viele Affen waren das denn? Bin ich überhaupt nicht mehr sicher, wenn ich will, wie wir da hatten. Schweige denn, wo ich hin muss. Ich finde da oben ja sehr interessant. Ich weiß nur nicht, wie ich da hochkomme. Also habe ich auch eine Leiter. Wenn man da überhaupt hinkommt. Tatsan, könntest du schon mal das da drüben holen? Du kannst dir für die besser klettern als ich. Ah nein, warte mal. Mit der Kiste wollte ich das letztes Mal machen. Stimmt. Und hab die Kiste dabei da hochgebrochen. So clever wie ich bin. Ah, Mist. Scheiße! Ach komm schon, Goofy. Dein Dickschädel. Echt sehr schön. Zur Kiste kann ich ja später. Schade. Dann muss ich ja wahrscheinlich jetzt hier wieder runter, hm? So kann man natürlich dann auch runtergehen, okay? Okay. Gucken, wo wir auskommen. Oh. Hi. Ja, ich will speichern. Und irgendwie... Also der Tatsan ist irgendwie ein bisschen... Ja, stellt sich gerade ein bisschen doof an. Tschüss, Tatsan. Tschüss. Hallo, Donald. Willkommen im Team. Kleiner Gießkram. Wo willst du hier hin? Okay. Hier ist gar nichts. Das schon wieder. Ja, Tatsan. Du wirst eh wahrscheinlich gewinnen. Oder auch nicht. Wo ist denn der? Jedes verdammte Mal passiert das. Ich glaube, dass aber gerade jemand anders noch gegengesprungen hat, die sich so... was ist denn der? Oh, der passt aufgehoben. So, kriegen wir da jetzt irgendwo gesagt, wo ich hin muss. Das ist verdammt nett. Der ist sehr gut. Oh, der ist ja gar nicht. Ja. Oh, der ist leer. Bei der ist die Schrift. Kann ich gar nicht. Oh, der ist echt sehr. Das klappt nicht. Dommel, das ist immer noch Trich. Carson hat eben auch schon versucht. Ja, wer ist denn hier mein Ansprechpartner jetzt, hm? Was ist hier? Du, Jane! Oh, ich hoffe, Mr. Clayton geht's gut. Mach dir um D, mach keine Sorgen. Hä? Was? Warum? Warum ein Schuss? Warum das? Oho, das war eben nicht da. Ah. Oh nein, wo ist der Raffzahn? Wieso haben wir Tata nicht hier gelassen? Scheiße. Oh shit. Brennen! Ah, das stört ihn überhaupt nicht. Oh, ist der schnell! Der ist so schnell! Ah, der kommt auch hier hoch. Toll. Wo ist Tata? Tunnel! Ah, der ist weg. Oh, da kommt er wieder. Genau! Kufi, geh drauf! Sehr schön! Perfekt! Ey, der arme Donald! Böse Katze! Böse Katze! Böse Katze! Böse, böse Katze! Oh! Das ist nicht so gut! Für mich selber! Weil wir ein bisschen egoistisch sind. Ich hätte Tata arbeiten sollen, dann wäre er irgendwie besser. Oh? Was ist denn jetzt los? Siehste Sternchen, Katze? Irgendwer hat dich erschossen. Kann das sein? Schaut dir sich so an. Wie wir die Tata kommt tanzen. Sieh ist überhaupt nicht erschrocken oder so. Jetzt schon, plötzlich, ne? Hä? Vorher überhaupt nicht. Okay, ich weiß jetzt wo ich hin muss. Super! Uh, die Fenster, Donald! Hä? Nice! Vielleicht willst du dann noch mal was mit dir? Ey, der Pinke! Wo ist der Pinke? Pinky! Bleib stehen! Gib mir dein Geld! Danke schön! Oh, da ist noch was! Au! Oh! Die können auch schon ganz schön aus. Rastet die Eftchen! Du! Pinky! Oh! Ach, klar! Das ist eine Stellschläude! Ach, klar! Komm da aus dem Boden raus! Oh! Und der lebt sogar noch! Ich bin... Das ist schon begeistert! Das ist so! Ah, natürlich! Also, Sora kann zwar coole Moves, aber sie geht nie in die Richtung der Gegner! Au! Hey, lass doch nur den Buch! Oh! Oh, natürlich! Schlapp dir die Pinky! Oh, das ist ein Ferspieler! Oh! Okay, wir müssen die Schlappel versuchen. Das ist ein Ferspieler. Ist das ein Ferspieler? Hm? Oh! Das ist Jane! Das ist doch so! Was kommt? Jane, Gefahr. Jane, na. Na, Baumhaus. Hört sich nach Stress an. Wir sollten los. Ja, zurück zum Baumhaus. Äh, warum hüpft ihr ab? Gab es doch nur ein Bund? Jetzt darfst du wieder die ganze Kacke da hochklettern. Fürs Baumhaus. Ist ja super. Was bist du für ein kleiner Süßer? Oh, dich kenne ich doch schon, oder? Oder auch nicht. Irgendwas, was tust du? Die haben wir schon mal in einem Hotel getroffen. Kann das sein? Oh. Du hast aber ganz viel Angst. Ach was. Wo bist denn du jetzt so? Oh, die sehen so ängstlich aus. Okay, wir lassen sie leben. Die sehen nicht aus. Können die sich momentan wehren. Ja. Genau, zu den Hippos. Hier hoch. Schade, dass es da nicht einen Shortcut für gibt. Oder wenn es einen gibt, dann habe ich ihn nicht gefunden. Immer hierhin zurück ist dann schon echt, äh, aufwendig. Ja, komm. Oh. Viel Hupaku. Gut. Jetzt sollte man es ja geschafft haben. Außer fein runter. Oh Gott, wenn ich Spiele kombinieren müsste. Zwei Spiele. Welche wären das? Schwarze Spucht sieht... ...dächtig aus. Hab ich das nicht schon mal gemacht hier? Ich glaube, ich würde meine Lieblingsgames kombinieren, muss ich sagen. Das wäre einer der Bioshock-Teile. Und weil das hier schon ein Gegensatz sein soll, damit man ein bisschen Arbeit hat, beim Game-Konzept entwickeln. Vielleicht irgendwie Journey oder Red Dead oder so. Keine Ahnung, wie was kombinieren würde. Aber ich müsste auch nicht drüber nachdenken, was funktionieren würde. Oder was könnte interessant werden. Da ist noch einer. Reicht mir nicht aus. Hey. Hey. Zurück. Selbst wenn er in die Ecke sitzt, träge ich die Däge. Verdammt. Oh, Donald. Oh, Donald. Oh, Donald. Ich sterbe. Muss ich jetzt wieder... Na. Reicht sie langsam aber angegen? So, dann muss ich halt was aktivieren, damit sie wegbleiben. Ja, wäre doof. Aber sehr doof. Ja, toll. Sora, bitte. Zumindest auf die Gegner, wenn ich schon die ganze Zeit die anderen nicht. Das wäre nett. Ja, es fallen die ganze Zeit immer wieder neu, ne? Auf die Blumen. Da hinten sind zwei, ne, eine. Ach, Freundchen, woll doch bitte weg. Oh, was geht das denn? Ich wusste gar nicht, dass mir sowas kommt. Donne, du bist tot. Oh, mein Gott. Oh, mit Hartmann habe ich nie solche Probleme. Okay, klar, ich kriege immer Gegner, damit ich Mana auszählen kann, wahrscheinlich. Ich brauche Mana. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich bin mir gar nicht so sicher. Die Blume haben wir. Die Blume haben wir. Oh, ist es ja nicht vorbei? Quatsch. Oh, du nimmst wieder. Sehr schön. Du siehst du immer noch verdammt laut, als würde der Kampf gerade noch anlaufen. Was? Fragezeichen, Ausrufezeichen, was denn? Ja, aber gar nicht, doch nicht. Ich auch gar nicht. Das Ding hat keinen Riss kaputt zu gehen, aber ich weiß noch nicht, wo ich die Blume übersehen kann. Oh. Hätte ich ein bisschen länger, weiß nicht, warum ich habe eben schon mal entgegengeschneimt, aber. Okay. Endlich Ruhe. Diese Kampfmusik, ey. Das ist ziemlich laut. Clayton ist ins Zelt gekommen und das ist das letzte, an das ich mich erinnere. Clayton? Der Gorilla ist gefangen. Tag. Ran. 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 So. Ja. Wir müssen den Gorillas helfen. Natürlich. Weißt du, was die macht? Das Einzige, die legt sich da hinten mit den Äffchen hin und kuschelt. Ist klar. Wir müssen die Arbeit machen. Nee, ist klar. Wir müssen die Arbeit machen. Nee, ist weg kein First Person Journey. See ya. Ist ja eher so ein Journey mit Biotrack-Elementen. Du willst den Gorillas helfen, dann mach doch auch mal was. Du sitzt da nur tatenlos rum, Freundchen. Ich meine, ich hätte die schon mal alle zum Leben gebracht, aber hier sind sie rot. Das ist nicht irgendwas Besonderes eigentlich. Und dass ich die da eine Knolle angreifen muss. Ich hatte es am Anfang ja erwartet. Es hat sich ja nichts getan. Gut, dass ich weiter drauf geschlagen habe. Verdammt. Ist das dein Ernst? Du hast dich geschossen. Okay, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt genau hin sollen dafür. Rechts im Baumhaus wieder. Hallo, der Süße. Warum kommt bei Ihnen der Kampfmusik? Guck mal, wie süß der ist. Wie die anderen gerade gucken, haust du ihn oder haust du ihn nicht? Hängst du fest? Kann ich dir irgendwie helfen? Oh, oh. Oh, Herr. Das war aber ein ganz schöner Ackermünft. Ist hier irgendwer. Donald? Da bist du auch noch ein bisschen klein. Ich laufe hier im Kreis. Ohne Ende. Du weißt nicht genau, wo wir hin sollen. Ich stehe doch mal hier gucken. Nicht, dass wir am Ende dahin müssen und ich muss den ganzen Weg nochmal machen. Ja, hier ist immer noch kein Mensch. Kein Affel. Jetzt ist ein einfacherer Weg darunter als immer. Wie wir dieses Baum surfen hier. Ich könnte die Beins einmal wieder runterspringen. Aua. Er fällt einfach dann vorbei. Ich versuche gar nicht zu springen. Na klar, Spawn direkt während ich runterfalle. Das ist schön. Dann haben Fang auf jeden Fall. Dankeschön. Noch mehr ohne Fahrschein. Da. Der Pinke. Oh, er ist schon tot. War das Donald? Nicht schlecht. Ey. Donald zerstört gerade aber ordentlich. Hm. Okay. Also, bei der anderen Seite weiß ich nämlich nie, wo ich da weitergehen soll. Da finden diese Krippen. Und hoch komme ich da auch nicht. Aber vielleicht ist er ja da hinten. Weiß man ja nicht. Ich meine, wenn die immer noch nicht spawnen, dann muss sie da irgendwas sein, oder? Ich schaffe das. Irgendwie das dumpfe Gefühl. Ich renne wie ein Gap die ganze Zeit im Kreis. Ich weiß nicht, ob ich das tun muss. Wow. Okay. Okay. Ein bisschen zu viel Gehüfte und Dinge und geslide. Alles gleich steady. Donald, nein! Das ist Donald irgendwo. Komm. Ich kämpfe lieber gegen ihn. Hallo. Oh, oh. Pinky. Nein. Ich will deine Schleimschalter rausholen. Vergiss es. Vergiss es. Das ist noch eine. Ich sehe dich. Warum hast du so viele Fragezeichen über deinem Kopf? Guffi? Ah, der kämpft. Oh, hier passiert was. Warum hat er sich mit den bösen Atten verbündet? Nein! Wehe, du schießt auf die Kollege. Wie langsam die weglaufen, die Gorillas. Die haben hier die Ruhe weg. Was, 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 was? Nicht Clayton? Oh, shit. Super. Sehr schön. Das war ein Kampfschrei. Aua! Das ist nicht deine Arena. Das ist ja mickrig. Oh, der heilt sich. Echt? Au. Ich hätte mir auch Potions einpacken sollen. Verdammt. Los, alle auf den Füßen. Was? Was hast du jetzt gemacht? Ist die ganze Wand weggeschossen, oder was? Warum fliegt der? Ja, ist klar. Also solche Superkräfte möchte ich auch plötzlich bekommen. Ich habe irgendein Problem, der war ein heftiges. Aua! Verdammt! Es ist gerade noch sehr schwer, da irgendeinen Pattern rauszufinden. Oh mein Gott! Ein Kameleon! Oh, ich bin recht tot! Das ist nicht gut. Ich bin Aua. Ich bin nur noch mal eine. Au! Ich seh auch nur bedingt was gerade. Ich komme hier nicht mehr weg! Oh, was passiert da? Au! Könnt ihr zweimal bitte wieder aufstehen? Okay, das ist gerade keine gute Situation zum Schlafen. Nein! Ich musste mir Potions einpacken. Ja, toll. Darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet, dass es sofort geht. Mit dem Bosskampf. Shit, das geht nicht im Kampf, ne? Ah, das geht nicht im Kampf. Ihr zwei Helden! Euch brauche ich! Auf jeden Fall! Der Band ist total wahnsinnig geworden und erreicht ein riesiges Agro-Kameleon. Ich hab's gesehen. Lass ihn torschen. Sehr schön. Muss ich jetzt immer vorhörbekämpfen? Wahrscheinlich, ne? Ja. Komm, ist er zu seinen schwarzen? Nein, okay. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich möchte, dass Jack Blob-Sounds macht. Ich weiß auch nicht, ob ich möchte, dass Bioshock ganz viel Sample sich hat. Na, ich würde es anders kombinieren wahrscheinlich, aber das bringt gerade meine Vorstellungskraft. Ich versuche, mich zu konzentrieren. Jetzt aber. So. Was tust du denn noch mal? Was ist denn hier mit? Okay. Der wird das eh nicht für uns anwenden. Was hat mir ich das jetzt? Tend. Ich weiß nicht, was ich mit dem Tendern fangen soll. Ich kann's nur im Menü verwenden. Im Menü bin ich ja eh nur, wenn ich nicht kämpfe. Das ist ja doof. Seid ihr bereit? Ich nicht. Das ist ein ziemlich verrückter Mann. Skip, skip. Skip, 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 skip. Huh, ich sehe überhaupt nichts. Au. Oh. Ihr zwei kümmert euch um die Affen. Ich mach den Mann hier. Wohin bist du gesprungen? Huh. Skip, skip. Ich glaube, weil wir alle gerade so mega am abkacken sind, wäre es gut, den wir zu bewussten. Oder auch nicht. Ich dachte, dass wir each party member. Dann hab ich wohl verkackt. Super. Super. Ich sehe. Oh, komm! Mach das Chameleon platt! Wo ist der Mann? Wo ist der Mann eigentlich? Shit! Oho, was geht denn da ab? Wie soll ich denn bitte ausweichen? Wo ist der Typ? Also die Kameraführung ist jetzt von dem so die Beste hier. Ich seh nicht mehr, wenn ich angreife. Oh, Goofy ist wieder da. Aua, Mann, ich roll doch schon weg. Oh, nee, nicht jetzt so langsam. Komm, Gurkenzora. Wo ist der Kerl? Ich muss mal aufhören, dich zu heilen hier die ganze Zeit. Ich bin ziemlich arschig. Goofy! Goofy, mach was! Goofy, mach bitte was! Bitte! Ah, geil! Ich darf den dummen Anfang jetzt die ganze Zeit spielen. Oh, was? Wenn ich zurück zum Boss könnte, die ganze Zeit direkt wie bei diesen Schatten. Einfach cool! Das finde ich jetzt aber gerade ein bisschen hoch. Soll ich finde, ich den Boss ein bisschen... Verscheiden! 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 Pinky! Da drüben stehst du, Pinky! Ich seh dich! Komm mir! Also ich glaube nicht, dass ich für den Boss jetzt irgendwie unterreiflich bin irgendwo. Irgendwie habe ich nur seinen Petter noch nicht so ganz raus. Was ist das jetzt? Dann gucken wir mich nochmal jetzt nach den Items. Ähm... Was ist das jetzt? Dann gucken wir mich nochmal jetzt nach den Items. Okay, dann habe ich das eben falsch gegriffen. Soll ich natürlich alle gleichzeitig heilen, ne? Natürlich. Ach, 30. Das sind auch nur 30. Ich weiß nicht, ob die sich auch selber heilen. Das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Das wäre voll geil. Also wenn die sich selber heilen würden, das wäre sehr hilfreich. Ich glaube aber eher nicht. Wir probieren's nochmal. Du sagst erst das Chamäleon angreifen. Ich probier's. Ich probier's. Ich wollte in den Boss kamen. Jetzt habe ich einen und ich finde ihn doof. Tun sie selber heilen? Okay. Sehr hilfreich. Das haben sie im letzten Boss an mich ich gemacht. Warum auch immer. Alter, kannst du... Wieso kannst du so hoch fliegen? Mach bitte in der Active Fest. Bitte. Das wäre... Das wäre so toll. Okay. Tschüssi. Oh Mann, ey Gott. Da kann ich nicht mal mich umdrehen oder so. Aua. Alle drauf. Alle drauf. Los Leute. Boah, wenn wir alle gleichzeitig angreifen, dann kann das ja ne Tolle werden. Dass er gleichzeitig schießen kann und das Chamäleon in der andere Seite ist. Das ist unfassbar. Hallo? Weg mit deinem ganzen Leben, Chamäleon. Bitte. Du hast den Tiefen hilfreich nicht mehr helfen. Au. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, woher es abgeht, aber es funktioniert anscheinend, oder? Donald Stuck zwar, aber es ist Donald. Hallo? Das ist kein Frosch. Das ist ein Chamäleon. Verdammt. Das wäre eine Lüge, wenn ich behaupten würde, ich würde viel sehen. Das ist kein Leben mehr. Dann ernst? Ja, komm, was soll jetzt uns? Wo ist jetzt der Topes? Ich heile uns mal alle, ja? Komm. Ja, Goofy. Genau so. Zeig's ihnen. Das ist ein komisches Chamäleon. Dann kann der nix. Alle drauf. Alle drauf. Komm zurück. Hallo? Sir Clayton. O. Der Lauf hat keine Gorilla gesagt, er kann selber springen wie ein AtINGS. Und sein Gesicht sieht sowieso noch ein bisschen aus. Fällst jetzt bei mir mal ein Victor. Ist nicht nur mein Kampf. Besuchen schluss ich nach König Niki. Hau drauf! Okay, der Tipp mit dem ersten aufs Camellia, der war gut. Ich wäre zwar trotzdem fast drauf gegangen, wegen den komischen Strahlen, die das dann irgendwie ausgeschossen hat, aber hat gut geklappt. Oh ja, richte dich jetzt gegen ihn bitte, Camellia. Du kannst aber einfach auf ihn drauf fallen, genau, das ist auch eine Art. Du willst, dass ich Hattu Full Boyfriend mit Mortal Kombat verbinde? Okay. Okay. Wow. Tolle Idee. Mortal Kombat? Cool. Hattu Full Boyfriend? Sehr speziell. Beides zusammen. Oh. Warum dann nochmal schmeißt du mich weg? Was ist dein Problem, Affe? Was ist dein Problem? Wir haben deine ganzen Leute gerettet. Das böse Chameleon getötet. Oh. Tarzan. Du konntest zumindest Tschüss sagen. Du konntest zumindest auch Wiedersehen sagen. Oder so. Okay, wir können uns jetzt durch Magie heilen. Das ist cool. Was? Da brauch ich nicht mehr so viele Potions. Hallo? Oh mein Gott. Zora, du siehst gruselig aus, was das ist. Hallo? Hallo? Wofür kann ich eigentlich diese Mithril Schwarz benutzen? Das ist mir noch nicht so ganz. Was? Oh. Da ist ein Tier. Tasse hoch. Wahrscheinlich. Kamera. Hallo? 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das funktioniert ja super. Wahrscheinlich da hoch, ne? Joa, bitte. Kamera bitte lass das sein. Das ist nicht schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Soll ich hier hin? Sieht nicht so aus. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Wahrscheinlich sind wir jetzt wieder... Oh, das Tragezeichen. Wir haben drei Fragezeichen gefunden. Leider nicht die drei Fragezeichen. Es ist Jane plötzlich da. Was hörst du denn, Trazer? Oh, ich weiß nicht. Oh, das ist ja schon. Ich weiß nicht, dass ich nicht ausgeregt. Ach, ich weiß nicht, ob ich in den Häuschen hab. Ah, ich weiß nicht. Das ist ja schon. Ah, ich weiß nicht, ob ich die Klai. Aber ich weiß nicht. Mann ist ja schon so, ich weiß nicht. No heart, no see friends. No heart, no friends. Sorry about what I said. Donald! Oh, Donald! Geschleimt! Uh, ein Schlüsselloch. Darf ich da meinen Schlüssel reinstecken, auch wenn sich das der Fall schon hört? Oder wir schießen einfach einen Laserstrahl in das Loch, das geht auch. Das geht natürlich auch. So kann man natürlich auch Schlüssellocher benutzen. Was ist das denn da, Süßes? Oh, hi. Oh, der war doch ein süßes Haustier. Oh, die Bösen. Die Liga des Bösen, des sehr Bösen. Was drew the Heartless to that world? Ja, warum sind die Hörse? Der Jäger. Das ist auch so der Bösen ist, Aladies. Die Hörse hat sich, da hinten. Was wolltest du mit den Prinzessinnen? Ah Alice, ihr habt sie entführt. Aha. Ihr seid alles komische Leute, ihr habt alle keine Ohrwesel. Okay, wir machen uns besser auf den Weg. Wo ist denn eigentlich euer Schiff? Äh, nicht so weit weg. Sora, Tata, Freunde. Oh! Jungle King! Ja! Auf geht's. Das ist fast an die Kratos tolle Klinge. Equipment Menu. Muss ich sofort machen, sonst vergesse ich das definitiv. Red Trinity. Ah, ich dachte, das Blaue lernen wir als nächstes, aber okay. Okay, dieser Gummiblock ist nicht so wie die anderen. Mal gucken, wofür man ihn gebrauchen kann. Keine Ahnung. Krass! Rufen! Okay. Okay, zurück nach Reverse Town. Okay. Komm schon! Ich bin der Schlüsselklingmeister. Oh, jetzt streiten sie sich schon wieder. Hm. Die zwei hatten wir verdammt gerne. Okay, wir waren im Dschungel. Wir waren in Wonderland. Wir sollen zurück nach Reverse Town. Was ist das denn? Okay. Was? Was? Oh Gott, was habe ich getan? Er hat gesagt, zurück nach Reverse Town. Da darf ich aber nicht hin. Ich habe vergessen. Oh Gott, nein. Du mal schießt. Mit Kreis zu schießen ist sehr ungewohnt. Warum durchst du dich? Verdammt nochmal. Oh, warum durchst du dich alle? Will告訴 du den Weg? Puh gestllene da rein. Wisg. Musik. Aua! Natürlich kaputt. Oh, und das sind alle Farben vom Himmel. Oh, ist es blau. Oh. Weil die Hände sind voll schade. Danke. Also nicht. Da ist irgendwas Bestimmtes. Ich weiß auch mal nicht, wofür diese Protect G und sowas da sind. Aber ich hoffe, es ist was Gutes. Schießt du auf irgendwas? Nee, ich kann nur nicht kaputt machen, anscheinend. Muss ein interessanter Planet sein, wenn hier schon so ein Weg da ist. Was ist denn das? Uh. Olympus-Kulisse. Oh. Oh, dürfen wir in den Hades. Das wäre toll. Ich gehe so gerne in den Hades. Oh Gott, der Unterwelt. Also hier ist es, glaube ich, die Trulla. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ich weiß nicht, warum bei dem schönen Game... Ich muss gerade jetzt, wo wir hier hinkommen, an God of War denken. Die Schale ist fertig gemacht. Und alle anderen Götter. Oh Gott. Das wären wir jetzt hier bestimmt auch dürfen. Was ist denn Weißes? Und da ist eine Kiste hinter. Übrigens, äh, ich wurde im letzten Stream darauf angesprochen, wie es denn mit YouTube aussieht. Momentan. Ich habe ja heute wieder was hochgeladen, nach langer, langer Zeit. Oh, das geht. Und ich hatte ja eigentlich gesagt gehabt... Oh, da war Tina. Dass ich nach dem Test, den ich ja vor ein paar Wochen hatte, dass ich da wieder ein bisschen mehr Zeit habe, auch zum Streamen regelmäßig und zum Hochladen. Es hat sich leider alles ein bisschen anders ergeben. Irgendwas wollte ich ausrüsten, genau. Ich wollte irgendwas ausrüsten, du hast recht. Ich wollte irgendwas machen. Ich speichere das mal. Ja. Durch... Ja, oder auch für mich unerklärlicherweise habe ich den Test nämlich nicht bestanden. Und habe deshalb momentan verdammt viel Stress, weil mein ganzes Studium auf dem Spiel steht. Und deshalb bitte ich das zu entschuldigen. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, es zur Normalität zurückzubringen. Sei es mit den Streams oder den Uploads. Äh, ja. Momentan ein bisschen Stress. Ähm. Was ist euch der Helfung, Kleiner? Spiele, hm? Okay. Ich wollte was ausrüsten, du hast recht. Mann. Ich bin doof. Was war das denn? Nicht White Fang? Nee, wo war das denn? Verdammt. Da war... Es war bei Equipment, ne? Das war nicht White Fang. Was war denn das? Das war irgendwas... Keyblade für meine Keychain... Nee, Keychain für meinen Keyblade. So. Warte mal. Muss ich doch richtig klingeln? Aha. Probier die mal aus, ne? Dankeschön für's Erinnern. Das habe ich fast vergessen. Es ist zu schwer. Dammt nochmal. Wie soll ich denn das schieben? Es ist zu schwer für mich. Sorry. Zu spach. Ich glaube, du hast nicht mit uns gerechnet. Oh, wrong guy. What are you doing here? This here is the world famous Coliseum. Heroes only. Tja, darum sind wir hier. And I got my hands full preparing for the games. So run along, Pipsqueaks. Hey. Nicht so frech, du Zwerg. Look, it's like this. Heroes are coming from all over to fight ferocious monsters right here in the Coliseum. Oh, Tanne, genau. Stehe ein bisschen gerade für uns. Oh. Hey. Hey. What's so funny? Can you move it, huh? Kann er auch nicht. Du bist auch kein Held, du kleiner Frecher. Versuch's nicht weiter. Es wird nicht klappen. Dürfen wir jetzt kämpfen, ja? Gegen Monster. Gegen die mehrköpfige Schlange. Bist du bereit? Natürlich! Ich bitte wahrscheinlich nicht, aber wir probieren's aus. Oh, scheiße. Nein, das wollte ich nicht. Oh, scheiße. Nein, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das war nicht... Das war nicht, was ich machen wollte. Ich wollte kein Trail starten. Warum habe ich das gemacht? Ich könnte das einfach liften und werfen, aber das dauert mir zu lange. Ah, nicht schlecht für einen Anfänger. Warum muss ich das machen? Ich hasse alles, was mit Zeit zu tun hat. Oh, das hat sehr viel Geld. Ach, das mache ich auf jeden Fall nicht nochmal. Sind da noch mehr? Ja. Oh, zum Teufel sind die! Hier. Also, das muss doch kein Held können, hier. Barrels ist kaputt. Der wird uns nur erniedrigen, das ist eigentlich. Nee, du bist besser als gedacht. Nicht noch eins, nicht noch eins, nicht noch eins. Ach, gut. Sora. Das könnte aber schwer werden. Du zerstörst all unsere Träume. Okay, du willst ein Held sein. Vielleicht, wenn du diesen Zauber schaffst. Nein, wo war das? Ja. Ja, gut, run! Oh, komm, dann lassen sie ein bisschen trainieren. Mach einfach. Nein! Was? Warum schon wieder? Okay, das bringt auch kein bisschen. Außer, dass ich noch langsamer bin als vorher. Super. Ach, warum darf ich nicht einmal da rein? Kein Held muss... ...wenn wir es kaputt machen können. Schaffen wir nicht. Es ist zu wenig Zeit. Ich gebe auf. Lass mich einfach durch. Auf Wiedersehen! Können ja weh durchgehen. Do not enter. Das einzige, was dir weh tun kann, ist deine Würde. Kämpfe hart! Musst du das machen? Oh, ich kann dich jetzt nicht weinen lassen. Oh, ich kann nicht trainieren. Ja, natürlich. Lass mich einfach in die Spiele rein. Was ist denn dein Problem? Oh, ich spüre meine Wut! Aber ich habe doch nicht schon eine Bärbelkacke da gemacht. Der Typ ist doof. Oh, ich bin ein Problem. Oh, ich bin ein Problem. Was kannst du sagen? Wer bist du? Oh, hey, warte mal, Fuzzboy. Oh, hey, lass mich mal. Du willst in die Spiel, oder? Hey, Hades. Oh, dann, hey. Get a load of this. Oh, ich bin ein Pass. Was ist ein Pass? Es ist alles dein. Warum willst du, dass ich da reinkomme, du Böser? Ich habe jetzt ein Ticket. Da muss der uns reinlassen. Hier. Wie hast du das bekommen? Kommen wir jetzt rein. Natürlich. Los, einfach. Los. Okay, irgendwelche komischen Typen haben sich eingeschrieben für die Spiele. Wahrscheinlich die Herzlosen. Weirdos, definitiv. Weirdos. Der hat recht. Die sind komisch. Ich glaube, ich habe irgendwas equippt. Ach, oh. Du bist weg. Oh, ich habe gewonnen. Donald. Ja. Oh, du bist nicht schlecht. Aber es sind ja keine Zuschauer da hier. Was ist denn das für ein Spiel? Was ist denn das für ein Spiel? Die hier, die klingeln rein. Oh, du bist schnell. Sogar der Donald schlägt sich ganz gut, ja? Ja. Aha. Siegerpose. Heat and Freeze. Die muss halt einmal komisch so gefährden. Oh, die Fenster für du. Warum dürfen die sich eintragen und dürfen hier als Helden kämpfen und wir nicht? Komm hoch. Wüsste ich gerne. Was hat das für ein Unterschied gemacht? Was machst du da? Du spakelst so ein bisschen vor dich her. Ach, da. Jetzt voll gut wie sich. Sehr überschminkend. Du bist besser als gedacht, Kido. Ich wünschte, er wäre hier, um das zu sehen. Wer? Hercules. Was macht denn Thunder? Das kann ich gleich nicht mehr einsetzen. Ich stehe doch drauf. Also wir haben gegen stärkere Affen gekämpft. Als gegen diese. Alles ist klar. Ja! Juchu. Blue Revenge! Hi! Ich würde das sehen. Ja. Ich werde mich die Böner immer noch nicht mehr verschaffen. Ich werde mich hier nicht mit, ich habe hier nicht mehr gekämpft. Ich werde mich hier nicht mehr. Oh nein, da! Oh, bist du... Oh, bist du die Revenge? Wie traurig. Ich hoffe, ihr habt auch auf zu schicken. Das ist ein nur kleines Kind, nicht gegen mich kämpfen, bitte 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 nicht. Er will nicht gegen uns kämpfen, wir sind ein Kind. Geh! Stiffer than the Stiff's Bag Oms. Still, Suckers like him are hard to come by. Oh, ich war durch. Big One! Ich weiß, was ich für dir machen muss. Aber erst mal Thunder! Nöööööö! Hey, zwei Jäme! Ich bin bebe. Fall hinterm! Das war zu einfach. Ich glaube, ich nehme das jetzt alles gerade zu leicht und dann kämpfen wir gegen ihn. Cloud. Was hab ich im Cloud genannt? Tut mir leid. So fucking gar nicht. Ja, das ist das Beste, weil ich kann! Ich brauche ein kleines Kind! Aua, verdammt! Warum keine Items? Boofy macht den voll fertig. Cloud. Cloud, 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 Cloud. Muss ich die eigentlich verlieren? Reicht nicht. Der würde uns niemals töten. Das ist genau so eine coole Frisur wie wir. Cool! Ja, schön. Jetzt müssen wir mit deinen Höllenhuten hier kämpfen. Toll! Oh! Oder auch nicht. Oh, das war knapp. Das war Zerberus, der Wächter der Unterwelt. Euclid sollte in der Lage sein, mit ihm in den Platz zu kommen. Aber vielleicht auch nicht. Das sieht nicht gut aus. Wir können ihm helfen! Ich gehe ja da rein. Wir retten ihn jetzt. Der hat uns gerettet. Ich bin zwar definitiv nicht in der Lage dazu, ihm zu helfen, aber wir werden es versuchen. Oh, oh. Warum musst du nicht unten in der Unterwelt gucken, wer da so durchflirkt? Hast du nichts besseres zu tun? Attack? Warum nicht Lauf? Das wird kein guter Kampf. 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 Ich sehe nichts. Außer Pfiffe. Du bist ein verdammt großes Raubau. Wow. Boah. Der Donald versucht oben dran zu kommen. Der kommt sogar oben dran. Der ist das Pappi. 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 Au. Au, 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 au. Das ist doch ein Wurm. Geistlose Spinne, da hat mir auch diese Scheiße aus dem Boden. Das geht nur auf mich. Das ist ja schön, dann können die Zweiten weiterkämpfen, denen ich hier beschäftigt bin. Bau, bau, ich seh nix. Au! Ich hatte keine Potions mehr, na shit. Oh no! Ich horse hatte die ganzen Thunder-Dinger nicht benutzen dürfen, wetten. Warum hat das überhaupt nicht geheilt? Nicht fair! Ja! Ich muss das wahrscheinlich nochmal machen und muss dann Potions ausrüsten. Und vielleicht, äh, mein Mana aufgeben. Oder meine Magie. Ich leg's aus dem Schatten gleich gerne. Ich bin nur gerade ein bisschen, äh, beschäftigt. Okay, ich hab' Donald, der ist schon tot. Böser, fissiger Hund! Oh shit! Oh, ich bin auf der Nase, aber auch immer. Oh nein! Ach, ich kann die anderen auch heilen, ja cool. Kämpf ihr zwei, kämpf! Oh, ich häng' fest. Oh nein! Wie sie schreien auf jeden Fall schon. Sie haben auf jeden Fall Schmerzen. Hallo, hört das mal auf, bitte! Da hab' ich noch mal auf meinen Kopf, das hat geholfen. Oh, nicht gut! Ich hörte das mal auf, wau! Oh ja! Wir haben ihn! So! Okay, wenn ich Tau machen will, am besten Secure. Ich denke, das ist auch das Sinnvollste für andere, was wir schon gegeben haben. Okay, und dann am besten Donald wieder weg. Donald und ich haben aber keine so gute Vorgeschichte. Mal gucken. Ich werd's mir vers- ich werd's mir merken. Und die kommt dann selber wieder, ja. Das dauert nur ein bisschen, dann sind sie schon wieder Tau. Wir dürfen nicht spielen! Wir dürfen nicht spielen! Wir dürfen nicht spielen! Hey, was du meinst Junior-Heroes? Wollt ihr alles so klein sein? Das ist nicht fair! Das ist nicht fair! Oh, Herkules! Guck mal, wir haben jetzt grad schon in Cerberus gelegt. Dürfen wir nicht eigentlich jetzt eingefelsen sein? Also, wirklich helfen. Jetzt passt keiner mehr in der Unterwelt auf. Mal gucken, was da für ein Chaos jetzt ist. Was? Nein! Du lügst doch voll! Ja, Krules, das stimmt überhaupt nicht! Der will uns schlecht dastehen lassen! Oh, hey! Klaut! Kämpfst du an unserer Seite? Wir könnten einen Partner gebrauchen! Dürfen wir dich mitnehmen? Näh, bestimmt nicht! Dürfen wir dich mitnehmen? Näh, bestimmt nicht! Dürfen wir dich mitnehmen! Dürfen wir uns mal! Dürfen wir dich mitnehmen! Dürfen wir dich mitnehmen! Warum? Was war das für uns? Sonic-Belate? Okay, da werden wir viel zu wenig. Wie viele sind denn jetzt ausgenutzt gerade? Oh, okay. Ah, okay, 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 okay. Warte mal. Slapshot? Ach, cool. Okay, es passt. Okay, ich kann doch noch was machen. Das ist ein bisschen schwer hier zu erkennen, was dann überhaupt ausgegraut ist und was so nicht. Donald, kannst du irgendwas? Ah, jetzt kann er das re-coveren. Okay, jetzt. Er ist wahrscheinlich vernünftig vorher. Weiß ich nicht, ob er es schon gemacht hat. Äh, warum wurde ich jetzt eigentlich da draußen geschickt? Also muss ich wieder rein, oder was? Du musst doch zu den spielen. Wir sind noch nicht fertig. Ich will nicht mit Barrows trainieren. Vergett es! Ich will keine Barrows hauen. Das ist was ganz anderes. Ja, was soll ich denn jetzt halt hier machen, ne? Okay, richtig Richtung. Er ist verdammt hässlich. Okay, wir müssen es noch hässlicher. Bessere Stücke. Hey, Lies. Warum bist du so böse? Wer hat dich in die Party? Bleib alles. Das ist mein Show. Wie du willst. Kampf mit deinem Herz. Okay. Da hat er doch was er will. Jetzt beschwert er sich. Okay, ich muss immer mal wieder hinkommen. Okay. Ich gehe nochmal hier hin. Da wollte Donald eben es hin. Ich weiß doch nicht, wie lange es dauert. Oh, dass ich da was machen kann. Ich ruhe, 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 gar nicht ruhe. Das Teil muss ich viel früher abschießen. Aber hier kann ich ja jetzt auch sowieso nichts mehr machen. Das ist mir gut bescheid gesagt, wenn es was Neues gibt, okay? Das ist wirklich nicht, was ich in der Zeit machen soll. Komm, nein. Ich schieße direkt auf dich. Wann gehst du kaputt? Da. Ein Stärkchen. Oh. Du kriegst eine schöne Formation. Du musst mal wieder was nehmen. Power. Kommt da noch was? Oh, shit. 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 Oh, keins davon eingesammelt. Ich war's. Oh, kacke. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Die Musik ist viel zu fröhlich dafür, dass die Herzen auch so rumlaufen und alles möglich töten. Ich bin ziemlich schlecht in diesem Fliegen, ich bin froh, aber jetzt war es noch höher Trophäe. Ich hoffe nicht. Ich hoffe ganz arg nicht. Da sind wir. Okay. Reverse Town ist wichtig. Oh shit, ich hab' mich geschossen. Geh mal in den Accessory Shop. Und bei Take the Contact soll ich vorbeischauen und shoppen gehen. Du sagst der Frau, sie soll nicht vergessen shoppen zu gehen. So kann man das auch sagen. Ich glaube, das würde ich nicht vergessen, shoppen gehen. Nein. So. Hi Süßer. Wo ist die Veranstaltung? Was? Hi Duke. Lass mal ein bisschen quatschen. Es wurden Sachen gestohlen. Du hast komische Geräusche. Tatsächlich. Wollt ihr helfen? Was denn du zu kaufen? Ah, Obsidian. Dark Dammit. Oh, das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht, ne? Wenn wir nachher irgendwelche dunkle Mächte kämpfen sollen, wäre vielleicht ganz cool. Ja, jetzt hast du genug von meinem Geld gekriegt. Oh, hi. Oh, der Martina. Ich habe aber ein paar gefunden. Wenn das hilft. Ich kann den Kaminen anzünden. Echt? Habe ich nicht... Ne, Feuer habe ich nicht rausgeholt. Ich habe... Nein, ich wollte ihn nicht. Feuer! Uh! Jetzt hat der Mann hier schönen Wahnsinn. Ohne mich hätte der ja anscheinend gar kein schönes, warmes Räumchen hier. Okay. Ja, mein Feuer. Scheint sehr hell. Cool. Ah, tick, tick, ticker, drack. Warte, hier, mein im Shop. Hi Süßen. Na wo? Oh. Oh. Machst alles sauber. Da habe ich dir gern. Ihr seid so süß, klein. Willkommen. Willst du was kaufen? Ja, was hast du denn? Uh, Potions. Morningstar. Oh. Donald. Donald. Ich hole dir den Morgenstern. Auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen Geld. Äh. Ich hole vielleicht trotzdem mal, vorsichtshalber... Potions für uns alle. Ich hoffe, dass ich mich jetzt heilen kann. Irgendwas cooles für Bufi. Hm, ich weiß nicht, ob ich das ganze Geld ausgeben will. Ich bin sehr verschwenderisch. Nimm mal den Smasher. Das ist ein kleines Schild, eher für Angriff. Der darf gern mich. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Sollen wir mal an den Pappys gucken? Wir können gern mal zu den Pappys gehen. Was ist beim Papa passiert? Warum hast du so rote Wangen? Hi, du. Ah, okay. Das hat nicht viel geholfen, das Gespräch. Oh, hi. Oh, der fliegt. Oh, warum fliegt der? Warum macht der Flügel? Was ist das? Nein! Was fliegt? Donald rastet voll aus. Ich muss dann unbedingt seinen Morgenstern geben. Das habe ich nicht vergessen. Sonic? Warte mal, was? Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich habe unglaublich viel Leben jetzt gerade verloren. Okay, Donald, Donald, Donald. Du kriegst jetzt deinen Morgenstern. Mal sehen, wie du damit umgehen kannst. Protect Chain ist für dich immer noch ganz gut. Du brauchst noch ein bisschen Hilfe. So. Du kriegst einen Smasher. Und ich... ...hatte mir den Ring gekauft. Ich glaube, den brauchen wir jetzt noch nicht. Lassen wir mal. Oh! Das ist wirklich ein Sternchen. Echt? Das ist tatsächlich ein Sternchen. Was ist das denn hier? Ah, ne. War das nicht das Haus von... Merli? Ne. Doch. Hat der irgendwas Neues? Ups. Ja, genau. Fang in dem Moment, wo ich drauf will, an zu fahren. Das ist eine gute Idee. Danke. Nette Steinchen. Echt? Da oben fliegt irgendwie dieses Vogelhäuschen sehr komisch rum. Oh. Ach, Geschafft. Er meinte, ich darf immer wieder gern zurückkommen. Ah, das Gelbe haben wir nicht. Was haben wir? Das Blaue? Und das Grüne? Was? Hallo! Irgendwas Neues bei dir? Ich will auch immer nicht was lernen. Das kann ich doch alles schon. Nein, danke. Sehr, sehr hilfreich bist du. Merli. Gehen wir lieber zu den Puppies. Und versuchen den werten Herrn zu finden, als zu dem wir anscheinen sollen. Und nämlich auch nicht mehr weiß, wer er überhaupt ist. Blau. Oh, blau. Blau, 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 blau. Blau, 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 blau. Oh. Besser zu. An dem drückten Kabel-Blitz-Zauber. Gute Kabel. Da hinten drin? Wo meinst du denn? Die hier sehen ja sehr intakt aus, ne? Hau, Kabel? Ach, klar. Ihr spawnt natürlich auch wieder. Ich hab das Gefühl, meine Zaubersprüche bringen meinen Gegnern eh überhaupt nix. Wofür können wir sie denn überhaupt? Die Sonne sollte doch lieber... ...weitermachen. Ich hab das gefeuert. Ach, das kann deiner auch nie besser. Nein, 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 nein. Wana, wana, wana! Na! Thunder, Fire! Ich will nicht Fire nehmen, aber das Thunder, ich auch nicht. Wow. Okay, bei dem verdienst darf ich mehr Leben als da. Gutes Kabel, ist hier vorne? Wir werden ja definitiv noch mehr gegen das machen, ne? Hm, schau mal. Uh, da haben wir es. Wann sind die Fliegenden hier? Habe ich gerade irgendwer geheilt? Ich hatte gerade, oh. Rufi, Tornado hast du gelernt, das hört sich cool an. Das hört sich verdammt cool an. Töntet irgendjemand ein bisschen süß. Danke. So, wir wollen doch jetzt hier den Blitz zaubern. Thunder. Ah, cool. Was hat das gemacht? Okay. Wir haben jetzt das da aber irgendwie wieder ein bisschen überdrückt erscheint, aber... vielleicht macht es irgendwas im anderen Distrikt. Ja, I don't know. Das Haus ist immer noch merkwürdig, okay. Daran würde sich wahrscheinlich auch nichts ändern. Hm. Kommt ruhig. Ich weiß, ihr wollt kämpfen. Wir spawnen doch jetzt eh. Oh, genau. Richtig fett im Weg, dass ich nicht vorbeikomme. Sehr schön. Kampeln noch mehr rum. Zu wenig Platz besucht für die Leute hier. Aber? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, muah! Oh, muah! Die sind irgendwie süß, die Gegner. Auch wenn ich nicht genau verstehe, was die darstellen sollen. Hier sind die. Haltet wir für die Glockennotzen? Weil wir sollten ja irgendwas im Glockenturm machen. Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Auf Kettenstaub oder was? Das sieht nur so aus. Die niedlich. Ist ja gefährlich. Warum so viele von den Dicken? Der andere? Hat nicht so einen guten Effekt. Oh Gott, jetzt sehe ich das. Jetzt! Die hüpfen wir miteinander. Da liegt einer am Boden. Da ist noch einer! Was? Aua! Hit mich doch nicht mit deinem dicken Bauch! Oh, wie geil! Huuu, das mache ich jetzt. So gucken die genauso rum! Stirb dafür bitte! Oh! Oh, das ist ein dicker Bauch! Oh nein, der ist schnell! Oh nein, der ist schnell! Warum so viele? Aua! Die sind so dick, die verlocken mir den ganzen Weg. Da komme ich nicht vorbei! Da komme ich nicht vorbei! Das ist voll noch so kleine blaue. Er bleibt völlig weg. Oh, danke Donald, danke Gooby. Also... Hier war schon eine Hilfe. Anyway... Ach Quatsch, das führt einfach hier hin. Okay... Spawn jetzt nicht wieder neu! Okay, das ist mit einem kaputten Kabel. Ich bin mir noch sehr unsicher, was das gemacht hat. Ich weiß, wir müssten irgendwas mit den Glocken da machen. Das hat letztens nicht funktioniert. Die Pop-Pops waren da oben, glaube ich, oder? Die Poppies! Die Poppies! Die Poppies! Die Poppies! Wie weit leise hier! Keine Swerge, bitte! Was machen so lustige Geräusche, wenn sie sterben? Noch jemand? Nein. Das ist immer noch so toll. Die sind zu süß, um zu töten. Das ist das Gizmo, das sind nicht die Papas. Oder die Baubaus. Aber hier waren die Glocken, glaube ich. Und da waren die Glocken. Und da waren die Glocken. Und da waren die Glocken. Was ist denn das hier? Okay. Wie zum Teufel soll ich da... Oh Gott. Hochkommen. Der Raum, da geht irgendwie ein bisschen sehr ab. Besonders von der Kamera-Führung her ist das gruselig. Okay, da komme ich nie... Oh Gott. Nie im Leben rüber. Komm, zumindest da hoch. Bitte. Der Satz ist dann aktiviert. Das sieht so aus. Aber wir brauchen den da drüben. Nee, du, Dicker. Du kannst jetzt mal mit den anderen kämpfen. Dann habe ich gar keinen gestraut. Ich habe irgendwas gemacht. Das hat auch du-du-du-du gemacht. Aber für das gut war... Du musst. Du kleiner Grüne. Hörst du damit? Hallo? Ich weiß nicht, was ich gar nicht gedacht habe. Wird das hier aktiviert? Ich habe keine Ahnung. Wie sieht das an? Oh, drauf auf dem fetten Popo. Genau. Oh, das stört die Fledermäuse in jeder Haust. Herzlosen Fledermäuse. Ach, Donald. Er ist... Da! Da! In diesem Shop ist Warren einfach viel zu fiese von den Zwießern. Nein, 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 nein. Och, kacke, ernsthaft? Noch mal? Reicht sich langsam mal. Okay, wir kämpfen weiter. Ich muss nämlich hier irgendwo was machen. Ich habe diese ganzen Teile aktiviert. Und bin ich jetzt hier irgendwie hoch, dann oben auf den Glockenturm? Donald will schon einfach so hoch springen. Das wäre ein Wunder, wenn er das schaffen würde. Ach, klar, natürlich, wir müssen auch hier wirklich kommen. Wo? Okay, das Wunder ist wahr, das war noch nicht so der Weg. Wir kleinen Hühnen. Okay. Es scheint nichts gemacht zu haben, dass ich da unten dieses Zeug aktiviert habe. Ich wusste gerne überhaupt, was es getan hat. Soll ich mir schon helfen, wenn ich das wüsste? Ah, das ist aus der Dramatina. Da, die habe ich jetzt die ganze Zeit ges... Oh. Hallo, Pongo. Hast du ein Geschenk für mich, weil ich dir babysäle? Schenk mir doch ein Wort an die ganzen Welpen. Komm mal, Penita. Wir sind so süß. Oh. Wir frechen. Es füllt sich langsam. Also es werden langsam mehr. Es sind noch nicht alle. Aber in jedem Räumchen sind schon mal ein paar verteilt. Was auch immer du bei den Weinflaschen willst, kleiner Mann. Kleine Frau. Oh. Hier wird alles überfüllt sein mit Dramatina, wenn wir fertig sind. Hoffentlich. Das wäre ganz, ganz toll. Och. Das finde ich aber nicht ganz, ganz toll. Gib ihn weg gleich. Eigentlich suchen wir ja jemanden hier. Ich weiß noch nicht genau, wo der Kerl ist. Nein. Au, du hast mich doch erwischt. Was meinst du? Das ist an mir eigentlich auch für alle Babys finden. Und ganz, ganz viele süße kleine Baumhaus haben. Doch. Und wenn ich es nicht im Stream schaffe, dann mach ich außerhalb. Sammeln alle Baumhaus. Alle Baumhaus. Alle Baumhaus. Guck mal, die warten auf ihre Babys. Und warum auch immer, sie machen sich nicht selbst auf die Suche. Sie müssen erst zu Hause warten, falls sie zurückkommen. Nein, das ist nicht. Böse Kuella hat es hier schon. Man muss vorweiter helfen. So, wir suchen immer noch irgendeinen Typen. Ich weiß nicht mal mehr, wie er heißt. Wie er aussieht. Und was er von uns will. Aber er will was von uns. In welchem verdammten District ist er denn? Sag nicht, ich war jetzt da gerade eben schon. Ach, du bist es. Hi. So, ich Leon? Okay. Also müssen wir zum Wasser da, oder? Da war ich doch gerade. Ich muss zum Wasser, Karl. Ja. Das habe ich mir gerade auch gedacht. Das hört sich so an. Wieso so richtig leer? Und was will ich denn von dir? Nein. Jetzt habe ich keine Lust zu kämpfen. Donald, Poo, wie viel macht das alleine? Wir müssen jetzt zumindest noch ein bisschen vorankommen. Wir haben nicht mehr so lange. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Nee, es war nicht hier lang. Warte mal. Oh, die wackelt so süß. Du wackelst nicht süß. Uh, wackelst nicht süß. Shit. Shit. Noch hier lang. Das ist nicht so, wie der Viertelstück. Egal. Aber wir gehen einfach rein. Das sieht falsch aus. Wir gehen nicht rein. Können die Gegner's hornen, solange sie wollen. Aus dem Weg. Dicker Schill. Wo ich ernsthaft jetzt zu den Bauwass zurück, um da hinzukommen. Ich hab's nicht mit der Stadt, ne? Warte mal, nein. Alleyway, Alleyway, Alleyway war hier. Da war doch was. Oh, ihr droppt aber schon. Dankeschön. Hallo. Leon, muss ich da hoch? Keine Ahnung. Ich glaube schon. Wir gehen rein. Kommt mir irgendwoher bekannt vor. Oh. Ah, das ist wieder so. Oh, das ist wieder so. Hör mich. Was? Warum schreibst du mich an, Rufi? Wir haben einen schönen Stein bekommen. Das ist ja auch mal was. Grüner Raum. Ich glaube, wir sind falsch. Ich glaube, das war nicht das, was ich schon wusste. Hm. Okay. Okay. Second ist zurück. Na. Red room. Green room. Ach, wollen wir nicht am Anfang hier in dem Raum? Der Typ war auf jeden Fall da. Ich erinnere mich, er stand hier an dieser Tür. Ich glaube, wir sind aber falsch. Oh, ich will in das Zimmer. Oh, warum nicht? Ich habe mich da... Irgendwas tust du? Irgendwas übersehen? Green room waren wir gerade drin. Können wir vielleicht die hier durchbetreten. Nein. Oh, da ist Tippi. Sag nicht, ich muss jetzt dahinter. Halt doch mal bitte auch zu spawnen. Ich will ihn jetzt irgendwie herausschauen, wo ich ihn nenne. Bitte. Einfach nur minimal zeigen, was denn hier los ist. Currently closed off. Na, toll. Okay. Zum Wasser kann, hast du gesagt. Das ist meines Erachtens das Ding hier. Leiderat. Nano. Geht's da noch? Ja, ich glaube nicht. Sag nicht, ich muss jetzt echt da durch. Hier bin ich richtig. Na, toll. Aber hier ist immer noch ein sehr dehnbarer Begriff. Irgendwer da? Irgendjemand? Ich kann das rote Trinity-Zeichen noch nicht. Oder doch? Ich dachte, das kann ich noch nicht. Wann habe ich denn das rote Genere? Also, das blaue konnte ich und das grün doch auch, oder? Okay. Leon. Leon. Wieso hast du auf Steine? Bist du doof? Dein armes Schwert wird doch stumpf bei so einer Scheiße. Hi. Ah, du hast also das Schlüsselloch gefunden. Ja. Die Schlüsselklinge hat es automatisch abgeschlossen. Gut. Jede Welt zwischen den Sternen hat ein Schlüsselloch. Und jedes davon führt dich zu dem Herzen von dieser Welt. Wir müssen in dieser Stadt auch eines haben. Was meinst du? Okay. Die Herzlosen kommen auf jeden Fall durch diese Schlüssellocher und machen irgendwas mit dem Erdkern. Was passiert mit der Welt? Am Ende verschwindet sie. Was? Darum ist dein Schlüssel so wichtig. Bitte. Schließ die Schlüssellocher. Du bist der Einzige, der das machen kann. Ich weiß nicht. Okay. Ich mach das doch sowieso schon. Wir müssen seine Freunde finden und können nicht Micky. Ich denke, du hast recht. Okay. Hau bitte jetzt nicht weiter auf den armen Stein ein, okay? Das wäre ein bisschen... Ein bisschen doof. So ein bisschen. Wo kann ich das Rote benutzen? Ich bin ein bisschen überfragt. Oh, mehr Bauvers. Ich laufe und es gibt schon die ganze Zeit irgendwelche Geräusche, dass irgendwas nicht stimmt. Och. Hi, Merlin. Warum bin ich bei dir? Warum zum Teufel bin ich bei dir? Ich glaube, ich hätte noch da bleiben müssen. Kann das sein? Kannst du nochmal zurückfahren, bitte? Nein. Och, okay. Wir sind jetzt bei Merlin. Ich glaube, ich kann jetzt hier auch speichern. Das trifft sich ganz gut. Ich werde mich für heute schon wieder durch. Dann speichern wir das ab. Ähm. Okay, sieben Stunden Spielzeit. Ich hätte gedacht, das wäre mehr. Merlin, wir bleiben mal eine kurze Runde. Ist die Clare 4 auch da? Hallo. Meine Welt ist auch verschwunden. Mehr sagt sie nicht. Schade. Ja, also das war auf jeden Fall Kingdom Hearts für heute. Wir haben auf jeden Fall den Dschungel abgeschlossen. Hier müssen wir jetzt irgendwas machen. Vielleicht gehe ich nochmal zurück. Vielleicht konnte ich da ja noch im Wasser weiter lang. Das habe ich jetzt leider nicht nachgeschaut. Vielleicht starten wir dann auch direkt das nächste Mal an der Stelle. Aber wir haben ja jetzt noch so viel anderes, was ich streamen muss. Ich habe noch so viel anderes, was ich streamen muss dazwischen. Dass ich schon nicht genau versprechen kann, wann der nächste Kingdom Hearts Stream ist. Aber für heute auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ähm. Doch. Wir sind ganz gut vorangekommen, finde ich. Ja. Doch. Wir haben den Cerberus geschafft. Der ist ja auch dann was schwerer gewesen, ne. Wir glauben mal Herkules nicht, dass er den schon geschwächt hat. Haben wir Cerberus gemacht mit dem ekligen Chameleon und dem komischen Mr. Clayton. Äh. Ich denke, das kann man für heute so stehen lassen. Also vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Äh. Ich bin Sonntag wieder für euch da. Ihr dürft mir immer noch gerne sagen, was von den Games, die ich momentan streame, ihr gerne sehen wollt. Ja, ich bin offen dafür. Das dürft ihr mir sehr gerne schreiben oder hier auch im Chat im Stream sagen. Äh. Wenn ihr wollt, gebt ein bisschen Liebe zu dem kleinen Freund da unten. Das hört sich falsch an. Unter meinem Streamfenster sollte ein kleines, äh, Channel Pad sein. Ein kleines Twitch-Channel-Pad. Kleines Haustier. Äh. Das könnt ihr liebhaben. Wie ihr wollt. Das hat noch keinen Namen. Das können wir auch gerne mal überlegen. Äh. Habe ich heute gesehen, dass Twitch das hat. Wollte ich unbedingt ausprobieren, weil... Das kann ganz süß werden. Das sieht zwar jetzt gerade noch ein bisschen komisch aus, aber das kann... Man kann dann später andere Emojis da reinmachen. Deshalb... Habt es lieb. Das würde auch noch ein bisschen aufmerksam bleiben. Aber ja. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch einen ganz tollen Start ins Wochenende. Und bis Sonntag, wenn ihr mögt.